Wildkräuter sind ein Geschenk aus der Natur, das aber die wenigsten zu schätzen wissen. Wir können uns fast das ganze Jahr über, oder eigentlich sogar das ganze Jahr über, mit den hochwertigsten Lebensmitteln überhaupt versorgen, ohne auch nur 1€ dafür bezahlen zu müssen. Und was für ein enormes gesundheitliches Potenzial in den Wildkräutern steckt, darüber möchte ich heute sprechen. Der Nährstoffgehalt von Obst und Gemüse ist in den letzten Jahrzehnten massiv zurückgegangen und um das zu veranschaffen, habe ich einmal eine kleine Tabelle mitgebracht. Hier sieht man ausgewählte Lebensmittel und den gemessenen Wert für bestimmte Vitamine und Mineralstoffe, jeweils für die Jahre 1985, 1996 und 2002. Und daneben rechts noch mal den jeweiligen prozentualen Rückgang. Und ganz rechts sieht man auch schon mal zwischen 1985 und 2002, also im gesamten beobachteten Zeitraum von nur 18 Jahren, was übrigens auch ein sehr kurzer Zeitraum ist, haben wir in den meisten Fällen einen Nährstoffrückgang von über 50%, was echt schon krass ist. Wenn wir uns jetzt beispielsweise mal den Calciumgehalt im Brokkoli anschauen, dann hatten wir auf 100 Gramm Brokkoli in 1985 noch 103 Milligramm, in 1996 nur noch 33 Milligramm und in 2002 nur noch 28 Milligramm Calcium. Das ist echt eine krasse Entwicklung. Und genauso die Entwicklung von Vitamin C in der Erdbeere. 1985 noch 60 Milligramm Vitamin C und in 2002 nur noch 8 Milligramm, also auch ein massiver Rückgang. Und dazu muss man sich überlegen, 2002 ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Hier hat man die Entwicklung ja über 18 Jahre betrachtet und zwischen 2002 und 2019 aktuell liegt ja auch schon wieder ein ähnlich großer Zeitraum. Ich habe zwar keine aktuellen Zahlen dazu gefunden, aber man kann davon ausgehen, dass die Entwicklung ähnlich weitergegangen ist. Man sieht ja zwischen 1985 und 1996 ist der Rückgang hier viel größer als zwischen 1996 und 2002. Wir haben also einen regressiven Rückgang und ich gehe davon aus, dass der Rückgang ab 2002 weniger stark ist, weil die größten Veränderungen in der Landwirtschaft ja in dem ersten Zeitraum hier ja vollzogen würden. Aber die weitere Entwicklung ist natürlich trotzdem zu berücksichtigen. Was ist überhaupt der Grund für den Nährstoffverlust? Da muss man sagen, Früchte werden vermehrt unreif geerntet, aus fernen Ländern weit transportiert, dann bei uns lang gelagert. Und man hat natürlich auch durch zahlreiche Züchtungen immer mehr Wert auf die Masse an Obst und Gemüse gelegt, wodurch die Vitalstoffkonzentration natürlich sinkt. Man hat viele Nährstoffe, vor allem sekundäre Pflanzenstoffe, herausgezüchtet, um den Geschmack zu optimieren. Man hat dann immer größere Monokulturen angebaut, wodurch die Bodenarmung natürlich gefördert wird und immer mehr Pestizide eingesetzt. Im Endeffekt viele Faktoren, die dazu führen, dass das Obst und Gemüse aus dem Supermarkt nicht mehr das ist, was es früher mal war. Und hier kommen die Wildkräuter ins Spiel. Wildkräuter eignen sich nämlich wunderbar, um die entstandene Versorgungslücke zu schließen. Sie haben viel mehr Nährstoffe als jedes Kulturgemüse. Und um das zu veranschaulichen, habe ich da auch nochmal eine Tabelle parat. Oben sehen wir hier den Gehalt für unser Kulturgemüse. K steht dabei für Kalium, P Phosphor, NG ist Magnesium, Ca Calcium, Fe ist Eisen und dann noch Vitamin C und Beta-Carotin. Das Eiweiß hier ganz rechts interessiert uns erstmal nicht. Man muss hier aber auch sagen, dass die Werte aus 1987 stammen. Und wie wir gerade in der vorherigen Tabelle gesehen haben, ist davon auszugehen, dass die Werte für das Kulturgemüse bei weitem nicht so hoch sind, wie hier angegeben. Bei den Wildkräutern werden die Werte wahrscheinlich noch ungefähr stimmen, weil Wildkräuter ja vollkommen unabhängig vom Menschen wachsen und von der Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, überhaupt nicht beeinflusst werden. Leider sind hier auch nur relativ wenig Nährstoffe aufgeführt. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass der Unterschied im Bereich der sekundären Pflanzenstoffe nochmal deutlich größer ist, weil sekundäre Pflanzenstoffe die Pflanzen ja vor diversen Umweltfaktoren schützen und dementsprechend sind wilde Pflanzen in hohem Maß auf diese Schutzstoffe angewiesen. Im die isoliert in Monokulturen wachsen, mit Pestiziden behandelt werden und sich dementsprechend gar nicht selbst gegen Schädlinge wehren müssen. Und im Bereich der Ultraspurenelemente wie Gold, Platin zum Beispiel, die wir auch in geringem Maße benötigen, besteht wahrscheinlich auch eine große Überlegenheit der Wildkräuter, weil Wildkräuter auf einem natürlichen Humusboden wachsen mit vielen verschiedenen Mikroorganismen, im Gegensatz zu dem nährstoffarmen Boden, den wir bei einer Monokultur zwangsweise haben. Aber auch bei den wenigen Nährstoffen, die hier schon aufgeführt sind, wird der Unterschied deutlich. Wenn wir mal ganz oben den Chinakohl mit der Vogelmeere vergleichen, sehen wir, die Vogelmeere hat mehr als dreimal so viel Kalium, beim Phosphor fehlt hier leider der Wert, aber mehr als dreimal so viel Magnesium, doppelt so viel Calcium, 14 mal so viel Eisen, dreimal so viel Vitamin C und fast 30 mal so viel Beta-Carotin. Also hier auch bei den sekundären Pflanzenstoffen ein krasser Unterschied. Jetzt habe ich nochmal eine Tabelle speziell zu Vitamin C gefunden, weil hier der Unterschied auch besonders krass ist. Und hier sieht man beim Kulturgemüse fast nur zweistellige Werte und bei den Wildkräutern sind die Werte fast ausschließlich dreistellig. Hier unten ist auch nochmal der Durchschnitt, 47,2 Milligramm Vitamin C beim Kulturgemüse gegen 209 Milligramm im Durchschnitt bei den Wildkräutern. Also im Durchschnitt fast 4,5 mal so viel Vitamin C bei den Wildkräutern. Also auch ein heftiger Unterschied. Und dabei ist Vitamin C absolut essentiell für uns, heißt der Körper kann es nicht selber herstellen und wir müssen es über die Nahrung zuführen. Vitamin C wirkt zum einen antioxidativ, bedeutet es neutralisiert freie Radikale und wirkt damit oxidativen Stress entgegen. Es hat aber auch noch viele andere Funktionen. Es ist beispielsweise an der Kollagensynthese beteiligt und somit für die Elastizität von Haut, Bändern, Sehnen und Blutgefäßen verantwortlich. Vitamin C verbessert außerdem die Aufnahme von Calcium und Eisen und aktiviert Leberenzyme, die für die Entgiftung verantwortlich sind. Also insgesamt ein sehr wichtiges Vitamin. Ein anderer absolut mächtiger Nährstoff ist das Chlorophyll, der grüne Pflanzenfarbstoff. Und hierzu habe ich auch nochmal einen Vergleich zwischen Kulturgrün und Wildkräutern gefunden. Zwar nur für zwei Kulturpflanzen und eine Wildpflanze, aber ich denke, dass das Verhältnis trotzdem deutlich wird. Wir sehen hier das Chlorophyll A und das Chlorophyll B, zwei verschiedene Formen, jeweils für Brokkoli und Spinat im Vergleich zur Brennnessel. Und selbst dem Spinat, der ja schon zu den nährstoffreichsten Kulturgemüsen überhaupt gehört, ist die Brennnessel bei weitem überlegen mit ungefähr doppelt so viel Chlorophyll A und mehr als achtmal so viel Chlorophyll B. Und Chlorophyll ist meiner Meinung nach sogar eines der wichtigsten Nährstoffe oder einer der wichtigsten Nährstoffe für unsere Gesundheit überhaupt. Warum das? Chlorophyll ist in seiner chemischen Molekulstruktur fast mit unserem roten Blutfarbstoff Hämoglobin identisch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Chlorophyll Magnesium als Zentralautom trägt und das Hämoglobin Eisen. Sonst ist die Struktur vollkommen gleich. Das Hämoglobin ist in unserem Körper mit 90% Hauptbestandteil der Erythrozyten, also der roten Blutkörperchen. Und durch diese Ähnlichkeit stimuliert das Chlorophyll die Produktion der Erythrozyten. Das Hämoglobin ist ein Protein, welches Sauerstoff binden kann. Und weil die Struktur immer die Funktion vorgeht, haben die Erythrozyten die Aufgabe, Sauerstoff von der Lunge in die Zellen und Kohlenstoffdioxid wieder in die Lunge zu transportieren. Und wenn wir jetzt bedingt durch das Chlorophyll mehr Erythrozyten haben, kann mehr Sauerstoff in die Körperzellen transportiert werden. Und das ist von enormer Bedeutung bei einem Sauerstoffmangel im Gewebe für viele Krankheiten überhaupt erst die Grundlage schafft. Dazu kommt, Chlorophyll fördert außerdem die Entgiftung und Schwermetallausleitung des Körpers. Durch unsere heutige Umwelt sind wir nämlich alle in einem gewissen Maße mit Schwermetallen belastet. Und das können wir durch die Aufnahme von Chlorophyll aber deutlich reduzieren. Der aktive Teil des Chlorophylls besteht nämlich aus einem magnesiumhaltigen Porphyrinring, so heißt die Struktur. Und die Schwermetall-Ionen in unserem Körper, zum Beispiel Aluminium oder Blei, ersetzen dann die Magnesium-Ionen im Zentrum und werden dann in Form eines sogenannten Chilat-Komplexes ausgeschieden. Die enormen Nährstoffunterschiede, die wir jetzt gerade gesehen haben, hängen wie gesagt unter anderem damit zusammen, dass unser Kulturgemüse immer mehr auf maximalen Ertrag gezüchtet wurde. Und in diesem Zusammenhang wurden aber auch viele Stoffe zwecks eines besseren Geschmacks aus dem Kulturgemüse herausgezüchtet. Und so fehlen unseren Kulturpflanzen, zum Beispiel die Bitterstoffe. Ich meine, welches Gemüse schmeckt heutzutage schon noch bitter? Da fällt mir ehrlich gesagt fast nichts mehr ein. Wildkräuter hingegen schmecken sehr bitter, sodass der Geschmack viele, die zum ersten Mal Wildkräuter essen, sogar abschreckt. Einfach weil unsere Geschmacksnerven überhaupt nicht mehr auf Bitterstoffe eingestellt sind. Dabei sind Bitterstoffe ebenfalls von enormer Bedeutung für unsere Gesundheit. Besonders bei der Verdauung spielen sie eine große Rolle. Die Bitterstoffe stimulieren nämlich, wenn wir jetzt Bitterstoffe über Wildkräuter konsumieren, die Nervenzellen auf unserer Zunge. Und das führt dazu, dass das vegetative Nervensystem, noch bevor wir überhaupt die Wildkräuter runtergeschluckt haben, führt es dazu, dass das vegetative Nervensystem die Speichel- und Magensaftproduktion hochfährt. Und die Amylasen im Speichel fangen bereits im Mund an, die Kohlenhydrate enzymatisch aufzuspalten und sorgen dafür, dass die Nahrung dann schon vorverdaut im Magen ankommt. Im Magen unterstützen die Bitterstoffe dann die Verdauung, indem sie die Produktion von Magensäure und die Durchblutung der Magenschleimhaut anregen. Und das ist auch von enormer Bedeutung, weil viele eine gestörte Verdauung haben, gerade weil sie zu wenig Magensäure produzieren. Dann im Darm regen die Bitterstoffe die Peristaltik an, also quasi die Muskelkontraktion im Darm, um die Nahrung zu transportieren, was auch sehr wichtig ist. Und sie stimulieren die Bildung von Verdauungssäften und verbessern so insgesamt die Nährstoffaufnahme. Also zusammengefasst kann man sagen, dass die Bitterstoffe absolut wichtig sind für eine gesunde Verdauung. Wildkräuter wachsen ohne Eingriff des Menschen in der natürlichen Umgebung. Unsere Kulturpflanzen hingegen wachsen in Monokulturen und mit Kunstdünger. Und das bringt leider auch einige Nachteile mit sich. Jede Pflanze hat ja individuelle Anforderungen an den Boden und bestimmte Mineralien, die sie aus dem Boden zieht. Und in der heutigen Landwirtschaft werden tausende Pflanzen einer Art dicht an dicht nebeneinander angebaut. Und da all diese Pflanzen die gleichen Mineralstoffe aus dem Boden ziehen, kann sich der Boden nicht mehr regenerieren und laugt einen Hinblick auf diese Mineralien aus. Und die Bodenarmut, die sich daraus entwickelt, macht dann den Einsatz von chemischen Düngemitteln erforderlich. Meist werden da sogenannte NPK-Dünge eingesetzt und die bestehen aus Stickstoff, Phosphor und Kalium, gerade weil man weiß, dass Pflanzen in erster Linie diese Mineralien für das Wachstum benötigen. Dadurch, dass diese Mineralien dann aber direkt zur Verfügung stehen, oder das ist erstmal ein Vorteil, dadurch, dass sie zur Verfügung stehen, wachsen die Pflanzen schneller. Das hat aber den Nachteil, dass die Pflanzen in diesem Zusammenhang weniger Spurenelemente aus der Erde aufnehmen müssen. Sie müssen nicht so tiefe Wurzeln bilden, weil im Endeffekt alles, was sie brauchen, ja schon zur Verfügung steht. Und dazu kommt, dass die Mineralien auch direkt verwertbar sind für die Pflanzen. Das heißt, Mikroorganismen aus dem Boden müssen diese Nährstoffe nicht mehr aufschließen. Und man umgeht dann mit dem Dünger quasi Synergiewirkung mit den Mikroorganismen aus dem Boden. Dadurch sterben die Mikroorganismen ab und langfristig leidet dadurch natürlich auch die Bodenqualität. Und die schlechte Bodenqualität hat wiederum zufolge, dass die Pflanzen aus der Landwirtschaft deutlich anfälliger sind für Schädlinge. Und dieser Verbreitung und der Verbreitung der Schädlinge kann man dann nur noch durch den Einsatz von Pestiziden entgegenwählen. Der Einsatz von Pestiziden, beziehungsweise generell die Tatsache, dass die Pflanzen in einer isolierten Umgebung aufwachsen, führt dazu, dass die Kulturpflanzen kaum sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Woran liegt das jetzt konkret? Dafür muss man erstmal verstehen, warum die Pflanze überhaupt sekundäre Pflanzenstoffe bildet. Sekundäre Pflanzenstoffe sind Abwehrstoffe, die die Pflanze benötigt, um sich gegen Schädlinge, Fraßfeinde, gegen das UV-Licht und gegen viele weitere Umweltfaktoren zu schützen. Unsere Kulturpflanzen sind den Umweltfaktoren aber nur in geringem Maße ausgesetzt. Die werden beispielsweise durch Pestizide vor Schädlingen geschützt und müssen deshalb keine eigenen sekundären Pflanzenstoffe mehr als Schutz bilden. Wildkräuter hingegen wachsen in der freien Natur ohne Pestizide, ohne Eingriff des Menschen in einer vollkommen natürlichen Umgebung. Das bedeutet, sie sind sehr stark auf die sekundären Pflanzenstoffe als Schutzstoffe angewiesen und das ist ein weiterer Punkt, der Wildkräuter so unglaublich wertvoll macht. Sekundäre Pflanzenstoffe sind für uns Menschen zwar keine essentiellen Nährstoffe, haben aber enorm positive und regulierende Effekte auf unsere Gesundheit. Weil die sekundären Pflanzenstoffe der Pflanze aber zum Beispiel als Schutz vor Fraßfeinden dienen, wirken sie auch auf uns Menschen genauso. Es sind für uns Menschen quasi Giftstoffe. Die schaden uns aber nicht, sondern triggern unseren Körper. Sie aktivieren Gene, die uns gesund macht. Also auch hier ist es immer eine Selbstheilung des Körpers. Es ist nie ein bestimmter Stoff, der uns gesund macht, sondern dieser Stoff unterstützt unseren Körper dabei, sich selbst zu heilen. Ich habe hier nochmal eine Tabelle, die einen ganz guten Überblick darüber oder zur Wirkung der sekundären Pflanzenstoffe gibt. Hier sind die verschiedenen Gruppen der sekundären Pflanzenstoffe aufgeführt und die entsprechenden Wirkungen. Und hier sieht man schon in der ersten Spalte, alle sekundären Pflanzenstoffe wirken antikancerogen. Bedeutet, sie wirken der Entstehung von Krebs entgegen, was auch schon mal enorm wichtig ist. Viele wirken außerdem antioxidativ, bedeutet sie neutralisieren freie Radikale und reduzieren somit oxidativen Stress. Aber auch hier ist spannend, es sind nicht die sekundären Pflanzenstoffe selbst, die antioxidativ wirken, wie es beispielsweise bei Vitamin C oder Vitamin E der Fall ist, sondern sie stimulieren in unserem Körper die Bildung der körpereigenen Antioxidantien, die nochmal viel stärker wirken als jedes Antioxidant, das wir über die Nahrung zuführen. Man sieht hier, die Pflanzenstoffe haben viele verschiedene positive Effekte. Es macht aber hier keinen Sinn, genau auf die Wirkung einzugehen, weil es dafür auch viel zu viele verschiedene Stoffe gibt, die noch gar nicht alle erforscht sind. Fest steht aber, wie man hier schon sieht, sekundäre Pflanzenstoffe wirken eben dadurch, dass sie keine direkte Wirkung haben, sondern unseren Körper selber stimulieren, regulieren. Sie bringen uns immer in einen physiologischen, gesunden Normbereich. Das bedeutet, wir müssen auch keine Angst haben, eine negative Wirkung dadurch zu erzielen, dass wir zu viele sekundäre Pflanzenstoffe zuführen. Das ist so nicht möglich. Im Zusammenhang mit den sekundären Pflanzenstoffen habe ich ja auch gerade schon über die Pestizide gesprochen. Das hat natürlich auch noch den direkten Vorteil, dass wir keine schädlichen Pestizide aufnehmen, logisch. Wildkräuter übertreffen da sogar den höchsten Biostandard, weil sie ja 0,0 Pflanzenschutzstoffe benötigen, nicht gedüngt werden und in einer vollkommen natürlichen Umgebung wachsen. Und was man auch berücksichtigen muss, ist, dass wir Wildkräuter unmittelbar nach dem Sammeln essen können. Obst und Gemüse aus dem Supermarkt hingegen wird in der Regel viel zu früh geerntet, wird im schlimmsten Fall noch durch die halbe Welt transportiert und liegt dann im Supermarkt natürlich auch noch eine gewisse Zeit aus. Und in dieser Zeit verlieren die Lebensmittel natürlich auch einen Teil ihrer Nährstoffe, logisch. Wildkräuter hingegen haben aber nahezu noch ihr volles Nährstoffpotenzial, wenn wir sie direkt konsumieren. Wenn du dir jetzt sagst, ja, okay, die Argumente für Wildkräuter haben mich überzeugt, aber ich habe keine Lust, die Wildkräuter zu sammeln, ich möchte die Zeit nicht aufwenden, dann empfehle ich dir ganz klar, die Zeit als Investition in deine Gesundheit zu sehen. Zum einen kannst du dir kostenlos die hochwertigsten Lebensmittel überhaupt beschaffen. Und zum anderen ist auch das Sammeln von Wildkräutern selbst eine sehr gesunde Gewohnheit. Du bewegst dich und wirkst damit dem unterschätzten Risikofaktor eines Bewegungsmangels entgegen. Du atmest schadstofffreie Waldluft ein, die sogar krebshemmende Terpene enthält. Du gewinnst Abstand zum hektischen Alltag, baust Stress ab und lebst im Moment also auch eine Art der Meditation. Ich hoffe, ich konnte dich damit überzeugen, rauszugehen und Wildkräuter zu sammeln, wenn du es nicht sowieso schon tust. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne einen Kommentar. Bewerte das Video und abonniere diesen Kanal für weitere Gesundheitstipps. Bis zum nächsten Mal. Ciao.